Bei dieser Aufgabe sollen wir mithilfe der Ober- und Untersummen die Fläche unterhalb dieses Graphen annäherungsweise berechnen. Und zwar ist das Intervall dazu gegeben und auch in wie viele Teile wir dieses Intervall unterteilen sollen, nämlich fünf Stück. Also wenn wir von 0 bis 1 unser Intervall in fünf Teile unterteilen sollen, dann können wir einfach berechnen, wie groß dann die Intervalle sind, indem ihr 1 minus 0 rechnet. Das ist jetzt hier ein bisschen blöd, aber die obere Grenze minus die untere Grenze. Kann ja auch sein, dass es da zwischen 5 und 8 oder so ist. Also immer die obere Grenze minus die untere Grenze. Und dann teilt ihr durch die Anzahl, die ihr eben als Unterteilung haben sollt. Das wären die fünf, ja. Und dann wisst ihr, wie breit eure Unterteilung dann ist. Also wenn ihr das berechnet, 1 durch 5 sind 0,2. Also seid ihr hier in 0,2er Schritten unterwegs. Das erste wäre dann von 0 bis 0,2. Das zweite dann von 0,2 bis 0,4. Der nächste Schritt ist 0,6, 0,8 und 1. Das sind also eure fünf Unterteilungen, die ihr hier überhaupt benutzen werdet. Die Funktion sieht irgendwie so aus. Und wir starten einfach mal mit der Obersumme von diesen fünf Unterteilungen. Und die berechnet sich dann folgendermaßen. Ihr nehmt euch eine Streifenbreite. Die sind ja hier alle gleich. Also 0,2 ist so eine Streifenbreite. Und die wird multipliziert mit. Und jetzt kommt hier die Summe rein von allen Werten, die für die Obersumme wichtig sind. Und bei der Obersumme startet man mit dem Funktionswert an dem ersten Teil hier. Bei der Untersumme würde man bei der 0 starten. Bei der Obersumme, habe ich gerade gesagt, bei der Untersumme. Bei der Untersumme würde man bei der 0 starten. Bei der Obersumme startet man hier mit dem ersten. Also man interessiert sich für den Funktionswert von dieser ersten Unterteilung. Und addiert dann alle Funktionswerte von den nächsten Unterteilungen dazu. Also f von 0,4 kommt dann noch dazu. Plus f von 0,6. Wichtig ist immer nur, wo ihr startet und bis wohin ihr dann lauft. Also ihr braucht fünf Unterteilungen. Wenn ihr wisst, ihr startet nicht bei 0, sondern bei den nächsten erst für die Obersumme, dann startet ihr eben bei 0,2 und lauft dann hoch, bis ihr fünf Werte zusammen habt. Also immer in 0,2er Schritten bis dann zur 1. Also Obersumme, ihr startet bei dem ersten Wert hier, nicht bei der 0. Wenn ihr das dann alles ausrechnet, also ihr würdet jetzt für f von 0,2 einfach 0,2 hier oben in eure Funktion einsetzen und dann mit dem Taschenrechner ausrechnet 0,2 zum Quadrat plus 1. Dann kommt ihr auf 1,04. Braucht natürlich keine Klammer. Plus, dann setzt ihr den nächsten Wert, die 0,4 hier für das x ein und rechnet das aus. Also 0,4 zum Quadrat plus 1. Das sind dann 1,16 und so weiter und so fort. Wenn ihr das alles dann ausrechnet, müsstet ihr auf eine Obersumme von 1,44 kommen. Okay, das war es dann schon für die Obersumme. Die Untersumme habe ich ja eben schon angedeutet. Wichtig ist, dass ihr auch hier zuerst mal mit eurer Breite, eurer Streifenbreite startet. Die ist genauso wie bei der Obersumme dann auch 0,2. Und jetzt müsst ihr die Werte aufaddieren. Und zwar startet ihr für die Untersumme immer bei eurer unteren Grenze, also wie eben schon erwähnt, bei der 0. Also f von 0 ist euer erster Wert. Danach kommt erst der nächste Schritt, also 0,2. Und dann addiert ihr einfach 5 Werte immer im Abstand von 0,2 auf. Also nur bis 0,8. Dann habt ihr 5 Werte hier zusammen, genau. Also 5, weil ihr 5 Unterteilungen habt. Das ist nicht immer so. Je nachdem, wie viele Unterteilungen ihr habt, so viele Werte müsst ihr hier dann auch aufaddieren. Und dann macht ihr genau dasselbe, wie wir eben hier oben gemacht haben. Ihr setzt jetzt hier 0 für das x ein, also 0 zum Quadrat plus 1 ergibt dann 1 und berechnet so dann jetzt alle anderen Werte. Wenn ihr das alles dann ordentlich macht, müsstet ihr auf eine Untersumme von 1,24 kommen. Also die Werte sind schon recht nah beieinander eigentlich. Und je mehr Unterteilungen man dann hier macht, desto näher kommen die dann auch zusammen. Das ist also die Art und Weise, wie man vorgeht, wenn man Ober- und Untersummen berechnet. Also ganz kurz nochmal zusammengefasst. Ihr zeichnet euch am besten ruhig so ein kleines Gleichungs-Koordinatensystem, indem ihr dann erstmal eure x-Achse in die Teile unterteilt, die ihr eben zur Verfügung habt. Dabei berechnet ihr diese Breite von euren kleinen Streifen, indem ihr die obere Grenze minus die untere Grenze rechnet und dann durch die Anzahl an Segmenten, die ihr eben verwenden sollt, dann habt ihr eure Streifenbreite. Und dann eben Obersumme startet bei dem ersten Wert nach der untersten Grenze und die Untersumme startet direkt an der untersten Grenze. Und dann wird einfach alles aufsummiert und ausgerechnet. Und dann wird einfach alles aufsummiert.